Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir blicken an dieser Stelle mal wieder ins Heft, in den neuen Aktionär, zusammen mit Martin Weiß. Außerdem wollen wir auch über die Krise allgemein ein bisschen sprechen. Hier sehen wir aber schon mal den neuen Aktionär. Titel, Story, hier ganz groß, Neustart. So handeln Sie in der Krise. Verrat uns doch mal ein bisschen mehr dazu, was dahinter steckt. Also die Idee dahinter steckt, wir planen ja seit etlichen Monaten schon einen Neustart im Musterdepot. Jetzt haben wir tatsächlich auch noch Kurse dazu bekommen, von denen wir glauben, dass sie interessant sind. Es ist zweigeteilt. Auf der einen Seite war es natürlich der Wunsch, auch mal das Depot ein bisschen umzustrukturieren. Auf der anderen Seite der Wunsch unserer Leser nach mehr Transparenz. Beispielsweise in normalen Musterdepots werden Steuern nicht berücksichtigt, Transaktionsgebühren werden nicht berücksichtigt, Dividendenzahlungen werden nicht berücksichtigt. All das wollen wir mit einem Echtgelddepot jetzt transparenter gestalten. Das heißt, wir werden jeweils die Kosten für An- und Verkauf natürlich ebenfalls berechnen. Wir werden einen fiktiven Steuersatz annehmen, der sich an dem orientiert, was unsere Leser ebenfalls an Steuern bezahlen müssen. Und dann werden wir am Ende ein sehr transparentes Depot haben, klar nachvollziehbar. Denn wie gesagt, es handelt sich um Echtgeld, was hier eingesetzt wird. Das ist also kein Paper Trading mehr, sondern ist jetzt tatsächlich sehr real geworden. Das heißt, das Musterdepot ist jetzt schon geschlossen und dieses Depot aber noch nicht gestartet, noch nicht gefüllt. Genau. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns einen Überblick verschafft von Unternehmen, die wir gerne in diesem Depot drin hätten. Und das fällt momentan relativ leicht, weil an den Märkten die Kurse so stark gefallen sind. Und viele Unternehmen, Qualitätsunternehmen vor allen Dingen, sind in diesem Zuge einfach mit abverkauft worden. Da hat niemand mehr geschaut, ist das gerechtfertigt, weshalb die gefallen sind. Und wir gehen natürlich her und sagen, okay, welche der Unternehmen wird es denn morgen noch geben? Wo sind wir denn felsenfest überzeugt, dass wir in 5, 7, 10, 15 Jahren immer noch ein Unternehmen und die Aktien von Unternehmen haben, die weiterhin im Idealfall natürlich auch noch eine üppige Dividende an die Anleger ausschütten. Und nach diesem System sind wir vorgegangen, haben uns eine Watchlist, eine Hotlist erarbeitet von 20 Unternehmen. Und das sind die Unternehmen, die wir im Heft vorstellen. Außerdem habt ihr auch ein Interview geführt mit unserem Herausgeber, mit dem Herausgeber des Aktionärs, mit Bernd Förtsch. Auch er spricht davon, das steht hier unten, können Sie wahrscheinlich nicht lesen, erleben bald die Geburt eines neuen Bullenmarktes. Auch da ist natürlich bald wieder die Frage, wann man ist bald. Ja, genau, ja, genau. Aber ich stimme ihm ja zu. Also es ist ja nicht so, dass ich ihm hier nicht zustimmen würde. Aber wir sehen jetzt momentan erst mal die realwirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise. In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenzahlen so stark gestiegen, wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das hat sich um den Faktor 12, 13 in etwa nach oben entwickelt, innerhalb von einer Woche. Das wird uns weiter begleiten. Wir werden in den kommenden Wochen, werden wir das nicht nur in den USA sehen. Wir werden in vielen anderen Ländern ebenfalls ähnliche Entwicklungen wahrnehmen. Und das wird Auswirkungen haben. Egal, wie sehr Notenbanken und Regierungen jetzt Geld in den Markt pumpen werden. Am Ende werden viele Millionen Menschen keinen Job mehr haben. Das wird natürlich Auswirkungen dann auf den Einzelhandel, insgesamt auf den Konsum haben. Und wir glauben, dass das natürlich viele Monate dauern wird, vielleicht sogar Jahre, bis wir diese Probleme dann wieder abgearbeitet haben. Und von daher, ja, wir werden sicherlich die Geburt eines neuen Bullenmarktes erleben. Die Frage ist jetzt, wann? Ja. Und auch, natürlich ist das langfristig gedacht. Kurz- oder mittelfristig sind die, wie du sagst, die Probleme ja gerade erst am Anfang der Probleme. Der Markt taugt überhaupt nicht mehr zum Time. Also wer jetzt versucht, da wirklich irgendwo noch mit Kerzchen und Balken rumzuarbeiten, ich finde das immer sehr mutig. Aber die Erfahrung zeigt auch, dass das überhaupt nicht vielversprechend ist. Also gerade in Märkten, wenn die Volatilität auf 60, 70, 80 Punkte steigt, dann hat man eigentlich keinerlei Chance mehr, weil der Markt sich so irre schnell bewegt. Und wir haben es im Dow Jones gesehen. Wir hatten fünf, sechs, sieben Tage in Folge mit Bewegungen jeweils um die tausend Punkte. Gestern ist er wieder, also gestern war ja Donnerstag. Am Donnerstag ist er um 1300 Punkte gestiegen. Am Tag davor war er ebenfalls stark gestiegen. Es ist momentan sehr schwierig. Es geht wirklich darum, zu schauen, wo ergeben sich Chancen. Dann kauft man sich eine Position, legt sie sich hin, macht am besten die Augen zu. Wenn das Research dahinter stimmt und wenn die Qualität der Unternehmen gut ist, dann muss man sich tatsächlich keine Sorgen machen. Es ist ja auch sehr ungewöhnlich, die Reaktion, die du hast angesprochen, die Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt, aber gleichzeitig, der dritte Tag in Folge, deutliche Zugewinne beim Dow. Hätte man jetzt normalen Zeiten da jetzt mal wahrscheinlich nicht so erlebt. Nein, nein, natürlich überhaupt nicht. Die Anleger hoffen ganz einfach, dass dieses zwei Billionen Dollar Hilfspaket der Amerikaner, der amerikanischen Regierung, dass das natürlich jetzt möglichst schnell unters Volk gebracht wird. Es geht ja auch um Helikoptergeld. Es soll ja Geld an Haushalte ausgezahlt werden, also ohne Bedingungen. Das sind einfach Geldgeschenke, mit denen man jetzt auch versucht, gegen diesen Wirtschaftsabsprung anzukämpfen. Es wird allerdings vermutlich nicht ausreichen, um zu verhindern, dass die Amerikaner in die Rezession rutschen. Richtig ist allerdings auch, so schnell, wie wir uns momentan nach unten bewegen und auch, wie wir die Auswirkungen in der Wirtschaft sehen werden, so schnell könnte es natürlich auch wieder nach oben gehen. Unter normalen Bedingungen. Wenn sich das Ganze etwas abgeflaut hat, wenn die Unternehmen wieder die Produktion aufnehmen, stehen ja viele Werke still, bei VW beispielsweise auch, bei Daimler und viele große US-Konzerne, die gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal raus, wir müssen erstmal unsere Läden dicht machen, um auch zu verhindern, dass sich natürlich unsere Mitarbeiter anstecken. Noch überwiegen natürlich die negativen Meldungen, aber es gibt auch hier und da mal positive. Nike hat ja in der Woche Zahlen präsentiert und die sind weniger schlecht ausgefallen als befürchtet. Beispielsweise E.ON hat auch positiver überrascht. Wir sehen ganz viele spannende Entwicklungen momentan. Bei Nike war es beispielsweise, dass der E-Commerce sehr stark gewachsen ist. Also Nike hat gesagt, natürlich, wir haben momentan Probleme im stationären Einzelhandel, eben weil der teilweise auch gar nicht mehr am Start ist. Der hat zugemacht. Hier in Kulmbach sind ja auch viele Gesäfte zu, die können nun mal nicht verkaufen. Aber Nike hat in den vergangenen Jahren den Fokus in Richtung E-Commerce verlegt, also umgeschwenkt. Und sie haben gesagt, das Wachstum in diesem Bereich betrug zuletzt wieder 36 Prozent und damit sogar noch etwas stärker, etwas mehr als im Vorjahr, im gesamten Vorjahr. Also von daher sieht man schon, wir sehen neue Entwicklungen, spannende Entwicklung, E-Gesundheit, aber auch wie gesagt E-Commerce. Und da sind wir jetzt schon mal, das ist die Titelstory, ein paar Werte sollen wir jetzt auch noch gar nicht lesen können, weil sie sollen sich ja den Aktionär besorgen, aber da ist auch wirklich aus verschiedensten Bereichen was mit dabei, oder? Ja, ja. Und wie gesagt, ob die Leute das jetzt lesen können, ja, oder ob sie es nicht lesen können, sei dahingestellt. Also am Ende, das hat ja auch mit gesundem Menschenverstand zu tun. Ja, natürlich, weshalb soll ich mir irgendeinen kleinen aufgeblasenen Wert hochriskant jetzt ins Depot kaufen, wenn ich nicht weiß, ob es das Unternehmen morgen überhaupt noch gibt. Wenn ich mir beispielsweise eine Amazon anschaue, wenn ich mir eine Alibaba anschaue, und das heißt ja nicht, dass diese Unternehmen jetzt automatisch ins Depot auch reinkommen. Es heißt erst mal nur, wir haben uns 20 Werte rausgesucht, von denen wir glauben, dass sie unter den gegebenen Umständen sich gut entwickeln könnten. Ich habe gerade angesprochen, neue Themen, die Auslieferung von Essen, ja, also alle Lieferservices. Das wird bei den Konsumenten haften bleiben. Sie werden, sicherlich, diese Unternehmen werden nicht alle Kunden in den Bestand übernehmen können, keine Frage. Aber sie werden einige dieser Kunden in den Bestand übernehmen, weil die einfach feststellen, Mensch, das ist super bequem, das hat gut funktioniert. Weniger Müll, HelloFresh beispielsweise. Ich habe auch noch weniger Müll verursacht. Ja, gestern kam meine erste Box. Ich habe tatsächlich mit einer dieser, ja, wir haben es noch nicht gekocht, aber heute wird es dann auch gekocht, aber es war schon mal, ja. Ja, auf jeden Fall hat es mit der Auslieferung funktioniert. Das heißt, es zeigt ja, es funktioniert, ja, es läuft weiter, die Wirtschaft ist nicht komplett auf Null runtergefahren und es sind ganz spannende Geschichten mit dabei, aber Microsoft, ja, das kennt jeder, Deutsche Telekom, die kennt jeder, das muss ich auch nicht irgendwie schwärzen oder dann unkenntlich machen, das kann sich jeder selber vorstellen. Da sind jetzt auch viele dieser Wir-bleiben-zu-Hause-Aktien, die momentan Stay-at-home-Werte, die ja profitieren, logischerweise, da muss man ja, wie du sagst, HelloFresh, aber auch Amazon oder auch diese Werte, die mit Homeoffice zu tun haben, weil viele eben, wie auch unsere Kollegen zum größten Teil im Homeoffice sind, Team-Viewer beispielsweise. Ja, genau, und wir machen unsere Konferenzen mittlerweile über Teams von Microsoft. Das funktioniert super, ja. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, wie gut das funktioniert. Und mein Sohn hat seine erste Posaunenstunde via Skype in dieser Woche geführt. Auch das war eine neue Erfahrung, weil das bisher einfach nicht nötig war. Und wir haben gesehen, Mensch, auch das funktioniert. Und ich glaube, das bleibt haften. Es bleibt in den Unternehmen haften, dass man hier zukünftig vielleicht noch effizienter arbeiten kann. Es bleibt aber auch in den Köpfen der Konsumenten haften, wie man sich jetzt in dieser Situation vielleicht trotzdem noch ein bisschen komfortabel eindecken kann mit Lebensmitteln und Alltagsgebiet. Denkst du, das ist dann noch nachhaltiger, also nach der Krise, dass dann so ein Umdenken eingesetzt hat, dass man, keine Ahnung, ach, es war so einfach über... Ja, das ist genau der zugrunde liegende Gedanke, dass du etwas neu kennenlernst, von dem du vielleicht momentan noch gedacht oder vor ein paar Wochen noch gedacht hast, das brauche ich nicht. Ja, ich bin skeptisch. Ja, ich möchte den stationären Einzelhandel unterstützen. Gottes Willen, das sollen wir auch weiterhin tun. Aber ich glaube, dass viele Leute jetzt einfach erkennen, wie komfortabel das ist, wie gut die Lieferketten funktionieren. Und sie funktionieren momentan noch hervorragend. Und ich glaube, das werden sie in die Zukunft mit übernehmen. Und das heißt, dass diese Unternehmen tatsächlich, ich will nicht sagen profitieren von der Krise, aber am Ende werden sie es tun. Auch der Aktionär hat ein kleines Special zu diesem Wir bleiben zu Hause. Diesen Hashtag sieht man überall im Moment. Aber es ist ja auch wichtig, dass die Menschen tatsächlich zu Hause bleiben. Und ihr habt jetzt hier ein Special, hast du ein paar... Genau, für die Leute. Wir haben ja ganz viele neue Leser bekommen. Also es ist wirklich interessant, wie bei uns momentan sich Abrufzahlen und Verkäufe entwickeln. Eigentlich entgegen der Erwartung. Es geht nämlich stark nach oben, weil die Leute momentan nach Orientierung suchen. Sie sehen zwar, auf der einen Seite die Märkte verlieren stark, aber sie haben unter Umständen nicht die Vorstellung davon, was sie mit diesem Wissen und dieser Erkenntnis jetzt anfangen können. Und für all die haben wir gesagt, Mensch, wir bleiben zu Hause, ist jetzt... Okay. Du musst dem Kind einen Namen geben. Und wir bleiben zu Hause und das ist das Abo dazu, das Passende. Und damit die Leute einen Anreiz haben, das auch zu machen, haben wir gesagt, Mensch, fünfmal der Aktionär als E-Paper und wir packen noch einen schönen Preis obendrauf und dann ist die Sache ab. Dann können sich die Leute das mal anschauen. Ist auf jeden Fall spannend. Den Aktienreport gibt es dann auch noch mit dazu. Außerdem gibt es noch den Aktienreport von meinen Kollegen Marion Schlegel und Michel Döpke dazu. Sehr spannende Geschichte. Die kennen sich ja sehr gut mit Biotechnologie und Pharma aus. Und das sind zwei Bereiche, die momentan ja auch wirklich gefragt sind. Gut, dann der Aktionär jetzt schon im Handel. Also heute Freitag als E-Paper ist er ohnehin schon erhältlich, falls man sich nicht vor die Tür begeben möchte. Ist ein schönes Cover geworden, oder? Ja, doch. Ich mache ja auch immer dieses Origami-mäßige bei den Bullen. Ich glaube, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir damit gearbeitet haben. Gefällt mir sehr gut. Doch, sticht auch heraus, glaube ich. Ja, absolut. Wenn man sich dann doch noch zum Scheißhilfenhandel begibt, dann dürfte es auffallen. Das ist immer das, jede Woche das Ziel. Gut, dann Dankeschön. Gerne. Martin, danke auch Ihnen, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.